Wenn der Kater Kali mal wieder des Nachts unterwegs ist, kann vieles passieren. So auch in dieser dunklen Novembernacht am S-Bahnhof Bundesplatz im schönen Berliner Stadtteil Wilmersdorf. Nach einem erfolglosen Streifzug auf der Suche nach einem Kätzchen für gewisse Stunden, entdeckt er in einem Schaufenster einer Nebenstraße einen Text. Seine Neugier ist geweckt. Eingerahmt und von sanftem Licht bestrahlt steht folgendes. Wer wagt es, sich donnernden Zügen entgegenzustellen, die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen? Kater Kali wundert sich in seinem Kopf tausend Fragezeichen. Kaum wollte er sich umdrehen, um seinen Streifzug Richtung Osten fortzusetzen, entdeckt er eine Randnotiz im Bild, die da heißt Na gut, das ist schon mal ein Anfang. Es gibt also Hoffnung. Das ist übrigens von Erich Kästner. Kater Kali lacht und läuft mit breitem, grinsendem Gesicht nach Hause und denkt sich Siehste, auch in einer erfolglosen Nacht erlebt man schöne Momente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017